Die Alledit Users Und dann haben wir noch unsere Mega-Mega-Attacke namens Zucker Und das machen wir jetzt Oh fuck Ich glaub da kann noch ein bisschen Jetzt haben wir die Tasse Pfff Mein Vater gefüllt Jetzt muss ich mal kurz nicht auf die Kamera schauen, sondern dort hin Dann ist das Optimale einfach ein bisschen zu rühren Der Drache hat's jetzt wieder in seine kleine Schanze hochgewagt Hier steht der Diabetes Maker Wir kosten das ganze mal und ich beschreibe den Geschmack Ah Huh Heiß Es schmeckt so ungefähr wie Warte noch sexy rühren Es schmeckt wie Zucker Nicht nachmachen